In diesem Video möchte ich dir die Antamonua Meditation vorstellen. Das ist eine sehr, sehr spannende Meditation, eine sehr tiefgehende Meditation. Sie kommt ursprünglich aus dem Tantrischen und das Wort Antamonua bedeutet wörtlich innere Stille. Und dafür ist sie bekannt. Sie hat sechs Phasen und in diesen sechs Phasen durchläuft man einen Prozess, den man sonst von anderen Meditationen nicht kennt, um einen sehr, sehr tiefen und erweiterten Bewusstseinszustand zu erreichen in Kombination mit einem Zustand der inneren Stille. Bei den meisten Meditationen ist es so, dass man grundsätzlich passiv versuchen muss, in die Stille zu kommen. Bei dieser ist es so, dass sie dich durch einen sechs Schritte Prozess führt und dieser dich automatisch dorthin bringt. Und ich werde gleich mit dir diese sechs Phasen durchgehen. Ich habe dafür eine eigene, geführte Meditation mit einer Musik konstruiert, die dich begleitet durch diese sechs Phasen. Du hast die Standardversion von dieser Meditation, dass du jede dieser Phasen einzeln trainierst, solange bis du das sehr, sehr gut kannst. Und bei mir ist es so, dass ich diese sechs Phasen mit dir in einem durchlaufe und dass du sozusagen alle sechs Phasen trainierst und so schneller und langfristiger, tiefer kommst und diesen Zustand der inneren Stille erleben kannst. Ich führe dich am Anfang durch eine Induktion in eine innere Welt. Dort machen wir eine Vertiefung. Und wenn du einen gewissen Vertiefungszustand erreicht hast, fängt die erste Phase an. Die erste Phase ist die Wahrnehmung der äußeren Empfindungen. Das heißt, dich fordere dich dort auf, dich auf diese Geräusche, die um dich herum sind, zu fokussieren. Den Klängen, da werden auch eigene Melodien dabei sein. Dich darauf zu fokussieren und ein Teil von dem zu werden, was du gerade erlebst. Das heißt, du verschmilzt mit den Geräuschen. Oder es spielt keine Rolle mehr, ob da Gedanken kommen oder nicht. Dann kommen wir in Phase 2. Das ist das bewusste Wahrnehmen von Gedanken. Dort geht es dann bewusst darum, dass du deine Gedanken beobachtest, ohne sie zu bewerten oder zu kontrollieren, dass du wirklich einfach sie kommen und gehen lässt. Ich werde es nicht alles erzählen. Lass dich einfach überraschen in der geführten Meditation, was dort genau passiert. Die dritte Phase ist das Schaffen von Gedanken. Du kannst übrigens diese Meditation kostenlos sieben Tage in unserer Brainwave 3D App testen. Geh einfach in die App hinein, lade sie dem App Store runter und dort kannst du einfach danach suchen. Und dort kannst du sie einfach sieben Tage lang kostenlos testen. Die dritte Phase ist das Schaffen von Gedanken. Dort geht es dann darum, dass du bewusst Gedanken kreierst oder in ein Thema nimmst und dann deinen Geist beobachtest, wie er das zerlegt und wie du das bewusst konstruierst, ohne dich aber darin zu verlieren. Die vierte Phase fängt dann an und zwar das bewusste Stoppen deiner Gedanken. Das heißt, du stoppst, indem du innerlich Stopp sagst und dann lässt du deine Gedanken los für einige Minuten und trittst dann in eine Art inneren Zustand ein. Und der Vorteil bei dieser Meditation ist, dass durch diese sechs Phasen hast du einen Pendel-Effekt, dass du bewusst das eine indizierst und dann kannst du durch diesen Pendel-Effekt in die Stille kommen. Dann geht es in die fünfte Phase. Das ist das Wahrnehmen spontaner Gedanken. In dieser Phase kehrst du eben passiv zurück zu deiner Beobachtung, zu deinen Gedanken und lässt sie kommen und gehen, ohne sie zu bewerten und zu kontrollieren. Also einfach präsent sein, beobachten, wie sich deine Gedanken von selbst entfalten. Und schlussendlich die Phase 6. Das ist das Wahrnehmen des Gedankenstroms als Ganzes. Du gehst an deine Aufmerksamkeit auf deinen gesamten Gedankenstrom richtest in deinem Geist und ihn als Ganzes ohne einzelne Gedanken oder Emotionen eintauchst. Und so kommst du nämlich in eine höhere Etage der Wahrnehmung, wo du mehr wahrnimmst als dein beschränktes, normales Ich. Und so kommst du in eine sehr, sehr tief meditative Versenkung hinein und kannst dieses Phänomen deines Gedankenflusses beobachten, wie es sich ständig verändert und weiterentwickelt und du bist in diesem Zustand dann auch fähig, dich von ihm zu entkoppeln. Und so kommst du dann in diese innere Stille, wo du das öfter gehört hast und trainiert hast. Ja, und danach fängt dann die Phase an, wo ich dich dann wieder raushole, wieder zurückziehen in den Körper und du dann wieder bei dir ankommst. Ja, wie gesagt, du kannst diese Meditation entweder auf brainwave3d.com einfach kaufen oder du kannst sie einfach in unserer Brainwave3d App kostenlos, sieben Tage lang testen. Ich wünsche dir viel Freude dabei, da ist auch eine Frequenz dabei, die dich unterstützt, in diesen Zustand der inneren Stille hineinzukommen, deinen Gedankenfluss zu stoppen, die Musik ist in 3D gemacht, das heißt, du wirst dissoziiert dabei und es wird dir viel, viel leichter fallen, diese 6 Phasen so zu durchlaufen. Zudem ist in jeder dieser 6 Phasen eine eigene Musik, ein eigenes Kapitel. Da kommt auch ein Gong dazwischen, also du wirst wissen, ah ok, jetzt sind wir in der nächsten Phase. Also lass dich einfach überraschen, was dich erwartet und ich wünsche dir viel Freude bei dieser Meditation. Dann Untertitelung des ZDF für funk, 2017